Moin, moin liebe Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge düstere Plauschsichten wie fast immer. Mit dem guten alten Lazy Luke schönen guten Tag und mit mir Meister S. Ahoy. Guten Tag in die Runde. Moin, moin. Ja, erstmal kleine Entschuldigung. Wir waren länger weg. Es tut uns leid. Es hat sogenannte Terminfindungsproblemchen gegeben. Aber ich hoffe, wir kehren dafür zurück mit einem besonders interessanten Thema. Es hat einen Fall bei Sasquatch Chronicles gegeben. Tatsächlich hat es sogar mehr als einen gegeben. Aber jetzt konkret einen im Besonderen, bei dem ich gedacht habe, oh, das würde ich doch sehr, sehr gerne mal besprechen. Schrägstrich, das muss ich unbedingt besprechen, weil es auch ein bisschen, weil es einerseits typische Elemente enthält, andererseits aber auch interessante, auf eine interessante und untypische Weise vielleicht so ein bisschen daherkommt. Und das fängt schon damit an, dass das ein relativ zeitnahes Erleben gewesen ist, von dem wir heute hören werden. Das hat sich nämlich abgespielt im Jahr 2022 im Provo Canyon in Utah. Und die Person, die berichtet, hat das noch relativ lebendig vor Augen. Jedenfalls entsteht der Eindruck, wenn man ihr zuhört. Und das war einer der Gründe, warum ich da unbedingt drüber sprechen wollte. Und ich weiß nicht, ob du organisatorische Dinge zu sagen hast. Ich wäre jetzt schon wieder so gehypt, dass ich einfach reinrennen würde in die Story. Wir können mal total in Medias Race gehen, aber ich wollte nur der Ergänzung halber sagen, dass, weil du meintest, das ist eine der vielen interessanten Geschichten. Wir haben ja tatsächlich irgendwie so eine Warteliste. Auch Pavel schickt, falls ihr euch noch an Pavel erinnern könnt. Ich hoffe doch. Immer mal wieder Hinweise, welche Sasquatch-Fälle interessant sind. Also wir, ich glaube, besonders du hältst dich da auch zurück. Sonst würde es eigentlich einen reinen Sasquatch-Podcast machen. Könnte man tatsächlich machen. Also A, gibt es ja wirklich viele Folgen, muss man ja dazu sagen. Und jetzt sprechen wir jetzt nur für die Cheap-Ass-Typen, wie wir sind, die für den Podcast nicht bezahlen. Weil wenn man dafür bezahlen würde, bekäme man ja sogar noch mehr Folgen. Aber selbst die Free-for-All-Folgen sind schon super viele. Und ja, dann ergibt sich aus der Menge doch tatsächlich, dass da vieles dabei ist, wo ich eigentlich sagen würde, ach, würde ich gerne mal drüber sprechen. Und ja, klar, wir können jetzt nicht jede Woche einen Sasquatch-Fall machen. Das wäre halt nicht im Sinne des Gesamtkonzeptes. Insofern, ja, hast du im Grunde recht. Ja, ansonsten organisatorisch nichts weiter. Ich nehme mir immer vor, mal wieder zurück zu blicken, auch auf die Wunschlisten unserer Hörer und Hörerinnen. Aber ich komme immer nicht dazu. Das ist genau so mit den Terminfindungsproblemen. Aber ja, die lange Bank, ihr kennt sie. So viel dazu. Also keine Versprechung, da komme ich nur ins Teufelskügel. Es ist einfach ein vielbeschäftigter Mann. Das ist leider das Problem. Zu viel, zu wenig Paranormal Investigation Time in deinem Leben. Ja. Aber es ist nun mal so. Ich mache dir da keinen Vorwurf. Irgendwie müssen die Brötchen ja auch rankommen, ne? Ja. Wo wir gerade bei Brötchen rankommen sind. Ja. Ja. Irgendwie dachte ich kurz, ich hätte eine gute Überleitung. Habe ich gar nicht. Ich kann nochmal, Brötchen gibt es bestimmt auch in Provo und Salt Lake City. Eine kleine geografische Einordnung machen, falls ihr da nicht so den Überblick habt. Ich muss mir das auch immer nochmal angucken, obwohl ich denke immer, ich bin so bewandert. Ich hätte es auch ungefähr richtig eingeschätzt, wo Utah liegt. Umgebend von Arizona im Süden, links, also, ja, für die Geografin, Entschuldigung. Im Westen Nevada, im Osten Colorado und dann noch im Norden Idaho, Wyoming. Also total, ja, in der Bergkette Salt Lake City. Es liegt etwas nördlich dann von Provo, dem Ort, wo der Provo Canyon, sehr witziger Name, wie ich finde, direkt am Utah Lake gelegen. Also da ist natürlich, man kennt es dann vielleicht überregional sozusagen, Salt Lake City kennt man natürlich als Begriff, als Ort und, ja, so die, den Bereich, dass man da ziemlich, ziemlich große Gebirge auch hat, wo es, ja, Skiresorts gibt und das ist da auch der Fall im Provo Canyon. Das heißt also, die Wintermonate über wird das dort extrem genutzt für, ja, als Skiresort und, ähm, ansonsten ist es eine karge Landschaft, so wie ich das so wahrnehme. Äh, oder? Ja, natürlich bewaldet, aber teilweise auch karg. Ja, genau. Da wollte ich gerade ein bisschen drauf hinweisen, nämlich die Bewaldung durch die, denke ich, durch die Höhenlage kommt, weil man sonst bei Utah ja auch manchmal mehr wirklich so dieses, ähm, ich nenne es jetzt mal fast schon steppenartige Rolling Hills, aber ohne viel, ohne viel bewuchst vor Augen hat. Also ich jedenfalls, vielleicht auch fälschlicherweise, keine Ahnung. Aber das wäre mir jetzt noch erwähnenswert gewesen, dass wir hier jetzt tatsächlich durchaus mit auch vegetationsbestückter Berglandschaft zu tun haben beim Provo Canyon. Also wir, es hat ja auch Fotos zu diesem Fall gegeben, werden natürlich verlinkt. Hätte man mir davon jetzt so eins der Fotos einfach mal so gegeben, hätte ich nicht direkt Utah gesagt, ehrlich gesagt, weil es mir dafür zu, zu, ähm, ja, irgendwie nicht trocken und, 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 unvegetativ genug aussieht. Aber gut. Ja, guckt euch die Bilder, guckt euch die Bilder an. Wir haben ja mit dem Provo Peak, dem höchsten, der höchsten Erhebung, habe ich nachgeschaut, 3.300 Meter. Also es ist ja schon, äh, für uns Flachland Tiroler ist das ja schon eine Ansage. Da gibt es natürlich, also kann man sich das, glaube ich, eher vorstellen, wenn man jetzt an die Österreich-Schweiz denkt, irgendwie da Wälder angeordnet sind in so einer Höhenlage. So muss man sich das dann vielleicht auch vorstellen. Ist jetzt so mein grober Vergleich. Ja. Obwohl es natürlich sozusagen, ähm, ja, von der Vegetation dann wieder Unterschiede gibt, klar. Aber so, ja, eine Mischung aus, äh, etwas kargem, ähm, Hinterland und dann aber auch bewaldete Berghügel. Und dann eben diesen Valley, an dem der Provo Canyon liegt, dem Tal. Exakt. Und in dieses Tal ist unser Protagonist Jerry gezogen, wie gesagt, 2022. Er kam aus Texas, beziehungsweise er hat vorher in Texas gewohnt, wohl mit einer, äh, Lebensgefährtin. Und das hat sich erledigt. Sowas passiert ja ab und zu. Und das war der Anlass, das war der Anlass. Was war das denn gerade für ein Ausrutscher in fremde Dialekte? Das war ein Anlass, nicht des. Das war ein Anlass für ihn dann wieder umzuziehen, weil er nämlich aus Utah ursprünglich kommt. Also er ist wieder in die Heimat gegangen, wenn auch jetzt dieser Provo Canyon, so wie ich es verstanden habe, nicht direkt unmittelbar sein Heimatgebiet war, aber eben zumindest wieder der Heimatstaat. Das Thema dieser, äh, dieses Endes einer langfristigen Beziehung würde ich gerne noch mal kurz im Hinterkopf behalten, weil man da vielleicht auch noch mal drüber sprechen muss im Verlauf oder zumindest kann, würde ich sagen. Er nimmt es, er nimmt es selbst nachher noch mal auf in seinem Redefluss. Okay, fand ich jedenfalls interessant. Und er war dann also auf der Suche irgendwie nach einem Platz zum Leben dort in Utah. Er hat eine Arbeit offensichtlich, die er vollkommen remote machen kann. Da war also eine gewisse Freiheit gegeben. Und er stolperte über ein Wohnangebot, was ihm offensichtlich attraktiv erschien dort eben im Provo Canyon. Und zwar hat er sich dort für sechs Monate im Voraus bezahlt, einen Trailer gemietet, also so einen, ich sag mal, großzügigen US-Style, äh, wie nennt man es denn, Wohnwagen. Ja. Und direkt am Grundstück des Wohnwagens oder in der, in Sichtnähe des Wohnwagens, sagen wir mal so, steht dann auch das Haus des Besitzers, also seines Vermieters. Das wird noch eine Rolle spielen, deswegen erwähne ich es so präsent. Also das ist da wirklich nur, ich würde jetzt gefühlt sagen, 50 Meter entfernt oder so oder 70 Meter. Er erwähnt, dass die konkrete Gegend dort recht abgelegen sei. Pretty far up sozusagen im Canyon, sagte er. Das ist vielleicht auch noch interessant. Und er ist hingezogen und erwähnt direkt, dass eigentlich in den ersten vier bis sechs Wochen er sich da sehr wohl gefühlt hat. Es sei sehr schön und ruhig gewesen. Er hat viele Social-Media-Fotos gemacht, um zu zeigen, wie geil er es da hat. Allerdings hat sich das dann ein bisschen geändert, nicht wahr? Ja, also das mit der, mit der Isoliertheit, was du sagst, ist natürlich dann, Isolation ist natürlich schon wichtig zu erwähnen, weil man hat im Laufe der Geschichte nie, hört man nie davon, dass er irgendwie weiter weg nochmal zu Freunden fährt oder Kontakt aufnimmt, sondern er ist da schon, er hat seine Arbeit, kann er, wie du gesagt hast, komplett von da aus machen und ist da schon ausgestattet mit allem, was er erstmal braucht. Und er ist auch ein Nature-Boy. Also er sieht sich selbst als jemand, der sehr gerne in Natur ist. Und zur Einordnung, zu Sasquatch selbst, sagte er, er ist ein, ja, halber Skeptiker vorher gewesen. Also er war offen für die Idee an sich, aber hat nie selbst etwas gesehen oder von anderen Berichten gedacht, oh, das ist jetzt etwas, was ich direkt so für mich glaubhaft übernehmen kann. Sondern er hat das immer so ein bisschen skeptisch gesehen. Und ja, das nochmal so als Prämisse. Und er hat, weil das auch so isoliert liegt oder so gefährlich dann auch für Wildtiere sein können, auch zwei Kameras installiert in seinem Trailer. Eins, was zum Fenster hinaus sozusagen auf den vorderen Bereich, auf das, wo der Driveway, also die Auffahrt sozusagen mit Auto und so weiter sich befindet. Und eins, was das Innere des Trailers zeigt, was er dann mit dem Handy, ja, dann kontrollieren und nachgucken. Richtig. Und es sind Infrarot-Kameras, kann man vielleicht noch dazu sagen. Ja, eines Tages ist dann, hat die Ruhe ein Ende gefunden. Er erwähnt, dass er mitten in der Nacht einfach aufgewacht ist. Und zwar aus dem Gefühl heraus, dass etwas ihn aufgeweckt habe. Also nicht das Gefühl, er sei von alleine aufgewacht, wenn man so will. Er erwähnt, dass er das noch nie gehabt hat. Habe ich übrigens persönlich auch noch nicht. Ich habe da mal ein bisschen drüber nachgedacht. Kann mich nicht daran erinnern, jemals aufgewacht zu sein nachts und das Gefühl gehabt zu haben, dass mich etwas aufgeweckt hat, aber halt nicht zu wissen, was. Interessant. Und er hat dann in dieser Situation auf seine Kameras geguckt. Das macht natürlich irgendwie Sinn. Und er hat dort auf sein, wenn ich das richtig verstanden habe, in seiner Kameraaufnahme, nee, andersrum, während er auf die Kameraaufnahme guckte, hörte er plötzlich ein lautes, ich habe es jetzt für mich mal übersetzt mit Poltern, ein Thump. Ich habe es verstanden, als würde es vermutlich so ähnlich geschrieben werden wie der Daumen. Ich kannte das Wort jetzt als Geräuschbezeichnung nicht, aber für mich hat es im Kontext Sinn gemacht als Poltern. Oder wie würdest du das sagen? Ja, also das ist, genau, Thump mit P, das ist dann auch wie ein Klopf. Und er sagt später auch Bang. Bang, also ein Poltern. Ja, das ist, genau, das ist eindeutig, ja. Aber, ähm, genau, anders als der Daumen geschrieben. Ja, das ist so ein, ähm, Schlagen. Ich habe es allerdings so verstanden, weil er, deswegen habe ich die Kamera auch erwähnt, da direkt nachschaut. Also er weiß nicht, wovon er aufgeweckt wurde. Also es war ein Schlag. Dann ist er aufgewacht und dann hört, sieht er sich das auf der Kamera an. Die hat ja auch eine Soundaufnahme. Da sagt er zwar crappy Sound, also etwas schlechte Soundqualität. Was der Host West bestätigt übrigens. Vielleicht kann man das noch kurz erwähnen. Wie bitte? West bestätigt das, weil er sagt, er hat die gleiche Kamera und er weiß, dass die Geräusche dann im Video sehr, sehr viel leiser erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind. Genau, okay. Und, ähm, auf dieser Aufzeichnung hört er dann kurz dieses Geräusch und weiß, ah, davon wurde ich jetzt wach. So habe ich diese, diese Reihenfolge verstanden. Ja, das macht ja auch Sinn, stimmt. Und das etwas eben außen an der, an dem Trailer, also an dem Wohnwagen selbst, ähm, gegengeschlagen hat. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist, glaube ich, dieses Geräusch auch Teil des YouTube-Videos Zusammenschnitts, dass er, dass man einen sehen kann, ne? Ist, wie gesagt, verlinkt. Ja. Ja, er ist dann wach geblieben, hat sehr leise Fernseher geguckt und als der, die Nacht sich dann weiter Richtung Morgen bewegte, erwähnt er, dass er mehr, ja, klopfen, also jetzt sind wir beim Banging angekommen, sozusagen, mehr Bangs hört und weird sounds, also seltsame Geräusche, nicht näher beschrieben. Es klingt für ihn zeitweise so, als würde etwas oder jemand hin und her gehen auf der rechten Seite seines Trailers, also draußen natürlich. Er beschreibt das wie Fußstapfgeräusche, allerdings in der falschen Kadenz, falls man das richtigerweise so bezeichnen kann. Äh, die Zeit zwischen den einzelnen Fußstapfen ist zu lang, als dass es sich menschlich anhören würde. Kadenz, ist das nicht aus der Musik? Ich weiß jetzt nicht, ich hätte es als Intervall. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo das, mein Gehirn jetzt gerade dieses Wort rausgekramt hat. Ich hoffe, das hat die Bedeutung, die ich denke. Lange, größere Intervalle, also eher ein größerer Schrittintervall oder wie man das so sagt. Ja, genau. Und das lässt ihn erst mal schon vermuten, dass das nicht menschlich ein Ursprungs ist, weil es irgendwie, ja, von der Zuordnung her stapft das eben mit größeren, schwereren Schritten. Und dann läuft es weg, hört ein Weglaufgeräusch. Genau, er hört einen letzten lauten Knall oder Bang halt und es rennt weg und die Sonne kommt herauf. Also hier kann man jetzt vielleicht schon mal sagen, oder ist das schon zu früh und fazitär? Ich sage es, ich sage es einfach ganz kurz, das hier ist jetzt schon mal eine recht typische Symptomlage für bestimmte Situationen, die ich persönlich ja immer gerne paranormale Belagerung nenne. Aber gut, das ist so viel vielleicht nur vorweg. Er erwähnt, dass er nicht an Sasquatch gedacht hat, Sasquatch gedacht hat zunächst, einfach nicht, 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 einfach nicht wusste, was los ist. Und er erwähnt, dass die Kamera eben diese Schrittgeräusche auch aufgenommen hat, also dass sie laut genug waren, dass die Kamera sie aufgenommen hat. Er erwähnt auch, dass es bestimmte Tiere in der Umgebung gibt, die durchaus Geräusche machen, zum Beispiel Elche oder auch Truthähne. Aber das ist natürlich trotzdem nicht so richtig passig. Wie der Truthahn von außen dagegen. Ja, das muss schon hell auf der Truthahn gewesen sein, ne? Aber Elk ist auch im Amerikanischen eher der Hirsch, also und nicht, Moose ist ja sozusagen im nordamerikanischen Raum der Elch. Das sind also kleinere Viecher und eher Hirsch, Hirsch, Rotwild, um es genau zu sein. Da muss ich jetzt so einen halben, das ist so was Seltsames, so einen halbinformierten, nicht wirklich informierten Klugscheißer raushängen lassen. Soweit ich informiert bin, ist der Elk beides. Und in Utah gibt es, soweit ich informiert bin, auch die großen Elche. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das in diesem Fall so 100% wasserdicht ist. Ja, ja, genau. Also ich stelle deinem Halbwissen jetzt meins mal entgegen. Wahrscheinlich haben wir dann irgendwie am Ende beide Unrecht. Also eventuell auch doch ein großes Tier, aber so oder so, es passt ja irgendwie alles nicht zusammen. Er hat es halt nur so der Vollständigkeit halber erwähnt, würde ich sagen. So war mein Gefühl. Später kommt natürlich noch der Klassiker, ob es Bären gibt und er möchte dann auch, obwohl das kommt jetzt relativ schnell, nachdem er sich sozusagen die Schäden draußen begutachtet hat, verlangt er dann auch von seinem Landlord, immer noch eines meiner Lieblingswörter im Amerikanischen, also seinem Vermieter einfach nur, dem Besitzer dieses Bereichs, dieses Trailers, dass er doch bitte mal die, wie bei Simpsons, die Bärenpolizei informieren möchte, falls ihr die Folge kennt. Ja. Die Bärpatrol, weil, ja, das kann ja auf Dauer nicht nur nervig, sondern eben auch gefährlich werden und dann, ja, sind ja noch andere in dieser kleinen Siedlung, die da, andere Nachbarn und, ja, die kommen natürlich auch für Nahrungsreste und so weiter auch hin und deswegen ist das ein Wunsch, den er hat, dass das mal untersucht wird, aber er hat den Eindruck, dass dem Ganzen auch nicht so richtig nachgegangen wird, also dass der Typ, der Vermieter, sagt, ja, ja, ich kümmere mich drum, aber daraus nichts wird, das nur so in den Beinen. Naja, er sagt ja dann sogar noch, er hätte angerufen und die haben ihm gesagt, sie machen nichts, bevor es keinen Beweis gibt, dass es da mehr ist und das kam ihm dann halt ein bisschen spanisch vor. Ja. Aber, was vielleicht auch noch erwähnenswert ist im Zusammenhang mit dem Landlord, unser guter Jerry ist ja nach dieser Nacht und unter anderem haben wir hier Fotos von Beschädigungen, durchaus deutlichen Beschädigungen, also ich sage jetzt mal mittelgroße Löcher da im Camper oder in seinem Trailer und die zeigt er natürlich dem Landlord, das finde ich auch irgendwie nachvollziehbar, wenn du da was gemietest hast und da ist auf einmal ein Schaden, dann willst du natürlich schnellstmöglich Bescheid sagen, hier, dass das nicht nachher irgendwie so ausgelegt wird, als hättest du da einen Quatsch gemacht. Allerdings ist die Reaktion seines Vermieters eben etwas seltsam aus seiner Sicht, denn einerseits scheint er sich quasi zu erschrecken, als er sie sieht und sagt, oh my goodness, an andererseits sagt er dann aber danach sofort, ja, das ist uns passiert, als wir den Trailer hier hingestellt haben. Jerry ist gleichzeitig der Meinung, Moment mal, Jimmy oder Jerry? Jerry? Ich bin hier in meinen Notizen, bin ich kurzzeitig auf Jimmy ausgewichen scheinbar. Hier ist Jerry. Jerry. Jerry ist allerdings der Meinung zu wissen, dass diese Schäden definitiv, als er eingezogen ist, nicht da waren, was natürlich auch irgendwie Sinn macht. Also wenn man sich die Fotos mal anschaut, das ist jetzt wirklich nichts, was man übersieht. Das ist da an prominenter Stelle, genau auf Augenhöhe, quasi großes, großer Schaden im Blech oder was das da ist. Also, dass die von vornherein da gewesen sind und es einem dann nicht auffällt, gerade wenn man Mieter ist und dann ja eben auch Bedacht drauf ist, sich das Mietobjekt vorher genauer anzugucken, macht man, wenn man einen Mietwagen holt, ja auch. Ja, und er sagt, der Vermieter reagiert also sehr schockiert, so zuerst, also als er das dann sieht, er zeigt es ihm ja und nur um dann aber ganz ruhig wieder zu sagen, ach nee, das war schon da, deswegen hat er dann direkt den, den, oder das Urteil, das ist jetzt eine Lüge von diesem Vermieter, er hat nicht, wie man das bei Mietwagen ja machen sollte, vorher auch Bilder davon gemacht, dann könnte er es natürlich jetzt exakt dem auch beweisen, aus Sicherheitsgründen alles vorher, alle Schäden und alles vorher abfotografiert und er sieht auch, das meine ich ja gerade, wenn da vorher ein Schaden gewesen wäre, hätte er das ja gemacht, ne, also, naja, beziehungsweise den Zustand insgesamt fotografiert, um den, um den vorher nachher, das hat er nicht gemacht. Okay, das machen vielleicht die Supervorsichtigen, aber ich sage mal, in acht von zehn Fällen, wenn du ein Objekt mietest, wo dann kein Schaden ist, dann dokumentierst du das ja nicht, du dokumentierst es dann, wenn der Schaden da ist, um klarzumachen, der war schon da, bevor ich da war. Also, das macht für mich schon Sinn. Allerdings, hier eine Frage, die ich an dich richten wollte, was nämlich im Kontext der Beschreibung auch kommt, ist die Erwähnung, dass die Front-Doormat, also die Türmatte, in meiner Kopfübersetzung, in zwei Hälften gesplittet war und da ein großer Hackenabdruck gewesen ist. Und da muss ich sagen, bin ich gar nicht mitgekommen. Also, ich, ich, ich kenne ja Türmatten, ich habe mir dann gedacht, da muss irgendwas anderes gemeint sein, weil, wie kann eine Türmatte, keine Türmatte der Welt, egal wie groß der Bigfoot ist, der da drauf tritt, reißt dann in der Mitte durch in zwei Hälften. Also, oder wie ist das zu verstehen? Bevor ich das jetzt vergesse und hier nicht mehr richtig zuordnen kann, in der Reihe der Beschädigung oder der Auffälligkeiten außen ist auch ein matschiger Handabdruck draußen. Das habe ich nämlich ganz, nicht ganz verstanden, wo dran. Das ist auf den Bildern auch nicht enthalten. An irgendeinem Teil, was zu jedem, das kannst du mir erklären. Und die Doormat ist meiner Ansicht nach, muss jetzt nicht immer wortwörtlich eine Matte sein, sondern es gibt ja auch bei Campern sozusagen so einen Anfang, so einen Tritt oder so. Also etwas, was dann ein bisschen stabiler ist, wo man dann die Füße abstreifen kann. Das kann ja auch so ein bisschen leicht aus Metall oder wie auch immer sein. Und das wurde quasi einmal in der Mitte zertreten. Wobei ich selbst das dann seltsam finde. Wie soll das passieren? Also wenn es aus Metall ist, dann... Gewicht. Ja, was... Naja, okay. Fällt mir ein bisschen schwer, mir das vorzustellen. Und was du erwähnst mit dem Handabdruck, das hat mich übrigens auch sehr, sehr skeptisch gemacht, dass ich davon kein Foto sehe bei der Fotosammlung. Über diese Materialsammlung müssen wir sowieso reden. Da werde ich noch das ein oder andere skeptische Wort zu haben. Aber okay, hier geht es für mich so ein bisschen die Verwirrung los, was genau da gemeint war. Aber Benefit of the Doubt in dem Fall, wahrscheinlich hat es... Sonst wäre Wes ja hellhörig geworden und hätte irgendwie nachgefragt, wenn es keinen Sinn ergeben würde, wenn man es dann genau versteht, wie es gemeint ist, wahrscheinlich fehlt mir da dann das Verständnis. Dann hat er aber auch noch einen Abdruck von der Hacke sozusagen, was tief reingedreht ist. Oder ist das... Das bezeichnet... Bezieht sich das nur auf diese Doormat? Oder ist das auch noch... Nee, das... Also ich habe es mir notiert und verstanden mit direktem Bezug auf die durch kaputte Doormat. Ja. Dann okay. Gut. Das war dann erstmal die Schadensbegutachtung und dann geht es aber in der nächsten Nacht wieder weiter. Richtig. Und jetzt wird es übrigens gleich weiter klassisch sein. Sogar ganz, ganz klassisch. Denn was er hört, ist etwas, was er beschreibt als klingend wie der Todesschrei einer Frau, also eine schreiende Frau in der Entfernung. Klassisch spukiger geht es ja fast nicht mehr, für draußen zumindest. Es gibt unzählige Sagen mit diesem Motiv überall in der Welt. Das muss man wirklich fast schon als anthropologische Konstante würde ich das jetzt fast schon mal einsortieren. Dieses Motiv der vermeintlich schreienden Frau in der Entfernung und übrigens natürlich auch im Kontext Bigfoot alles andere als unerhörtes Ereignis. Ist jetzt nichts, was immer da ist, aber ist was, was immer wieder berichtet wird. Ja, das reißt ihm auf dem Schlaf oder beziehungsweise zumindest auch schon mal die Kamera, ihn selbst auch, aber die Kamera wird dadurch auch wieder getriggert, ausgelöst und ja, dann kommt es in der Folge dazu, dass er eine, ja, eine Figur sozusagen auf dem Dach, und da meintest du ja vorhin, der Abstand hast du jetzt so auf, keine Ahnung, 50, 60 Meter oder so beziffert ungefähr. Ich gucke gerade das Bild nochmal an, ich würde es jetzt sogar nochmal runtersetzen, diesen Abstand, aber gut, sagen wir mal 30 bis 60 Meter irgendwie sowas, schätze ich mal, kann man safe annehmen. Ja, auf dem, auf dem Dach eben des Vermieters und das sieht er, genau, das sieht er jetzt ja auch nicht, man muss ein bisschen aufpassen, manchmal ist das ein bisschen, wechselt er, was sieht er auf der Kamera, also auf dem Handy, checkt er das dann und was sieht er sozusagen mit eigenen Augen, weil nachher macht er ja sowieso, kleiner Mini-Spoiler vorweg, macht er so ein bisschen seine Fenster zu, das heißt, er sieht dann alles erstmal nur noch auf der Kamera. Wie hast du das hier verstanden, sieht er da direkt raus oder sieht er das auch, was die Kamera ausgelöst dann aufgenommen hat, das so, ich würde sagen, letzteres. Ich gucke in meine Notizen, weil ich habe es mir wirklich sehr, sehr genau an der Stelle aufgeschrieben. Aber dann später kommt nämlich auch noch, looking at camera figure on the roof, also beziehungsweise auf dem Dach des Vermieters, hast du schon gesagt, er meint aber nicht auf dem Dach des Haupthauses, sondern auf dem Dach seiner Garage und ich würde sagen, er sieht es in der Kamera. Wir haben ja auch hier ein Schwarz-Weiß-Bild, wo ich vermute, dass das zu dieser Aussage zugeordnet sein könnte. Ach nee, Quatsch, das war das mit den Augen da im Hintergrund. Ja, nee, okay, sorry. Dann hätte ich, muss ich hier noch anmerken, ich hätte das Bild von dem Wesen auf der Garage gerne gesehen, wenn es denn existiert. das ist nicht dabei. Aber genau, jetzt sehe ich auch noch definitiv, sieht er das auf der Kamera, weil das Wesen nämlich wiederum in die Kamera einmal für einen Moment auch reinblickt und ja, da sieht er sozusagen im weitesten Sinne menschliche Gesichtszüge oder eben ja, von Menschen ähnlich oder tierisch tierisch auch die zumindest ja, die Form von Lippen, Nase und und so weiter diese Anordnung haben, könnte also auch beim Bär auch noch zutreffen im weitesten Sinne. Aber es hat angeblich sogar so etwas wie ein leichtes Lächeln, ein Smirk on its face. Also da muss ich auch sagen, wenn ich mir so das Material der Kamera angucke, gut, er sagt, er hat reingezoomt, aber irgendwie fällt es mir schwer, mir vorzustellen, wie man auf die Entfernung, wir haben ja ein Bild von der Kamera, wo man eben sein Landlords Haus da sieht, wie man auf die Entfernung, selbst mit Zoom in der Dunkelheit, sowas erkennen soll, ehrlich gesagt, finde ich, weiß ich nicht. Ich will nicht sagen, dass es nicht so ist oder nicht möglich ist, ich muss aber sagen, ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen. Ja, also das, man merkt hier auch schon, dass er auch immer noch, wenn er diese Geschichte nacherzählt, sehr verängstigt ist und man hat natürlich da manchmal zusätzlich zu den, wir nehmen jetzt mal an, das hat sich so wirklich so zugetragen, zu den Erlebnissen dann auch noch durch die Angst beeinflusst, irgendwelche, sieht man Gesichter oder so, das gibt es ja auch allgemein als, der Fachbegriff ist ja Pareidolie, dass man immer anfängt, irgendwie Gesichter zu sehen in und weil das Gehirn einfach gar nicht sozusagen bewusst, sondern das ist ja ein unterbewusst ablaufender Mechanismus, weil das Gehirn, das menschliche Gehirn natürlich eher dazu programmiert ist, in Anführungsstrichen, das eher Gesichter auszumachen, weil das der Hauptzweck ist, um eben seine Artgenossen wiedererkennen zu können und deswegen werden manchmal auch in Landschaftsumgebungen, aber auch in Tieren und kleine Kinder sehen das ja sogar in Autos, deswegen ist es gefährlich, wenn die um da irgendwie sich kleine, ja, oder vor das Auto laufen manchmal, weil für die selbst Autos Gesichter haben und ja, das ist jetzt hier dann vielleicht noch am ehesten verständlich, wenn man dann in so einem halb, ja, beleuchteten Foto dann auch noch eine Grimasse erkennt oder etwas, ja, wenn man eh schon Mund und Nase erkennt. Ja, also, ja, ich, 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 spare mir meine Kommentare mal, ich würde sagen, wir gehen vielleicht die Story noch durch und dann sprechen wir vielleicht auch noch mal separat über die, über das Material, weil da muss man, denke ich, zu vielen Dingen ein bisschen was sagen. Ja, das haben wir ja schon erwähnt, er erzählt die ganze Sache jetzt seinem Faddy und holt sich so Rat ein, der sagt, das ist ein Bär, dann kommt dieser Versuch, die Bärenadministration zu kontaktieren, haben wir eben schon besprochen. Und in der nächsten Nacht, glaube ich sogar, geht wieder die Kamera los und im Grunde, so wie es zu verstehen ist, ist das jetzt eigentlich ein allnächtliches Erleben, eigentlich. Und jetzt sieht er ein Paar von Augen hinter einem Baum, leicht vor und zurück schwingend, rein von den Bewegungen her natürlich auch sehr typisch Bigfoot-mäßige Aktion. Und hier haben wir jetzt auch das besagte Foto, einmal in der Großübersicht, man sieht rechts so zwei Tannen oder tannenartige Bäume und hinter der linken davon sind halt so zwei leuchtende Punkte, die er jetzt als diese Augen anspricht. Ja, und er vergleicht das mit den Standorten von Autos, also erst mal von der Straße und auch von parkenden Autos und meint dann, kommt dann zum Urteil, nee, dass auch durch diese von dir angesprochene hin und her wiegende Bewegung, dass es eben ja ein Augenpaar sein muss. Ja. Er ruft dann seinen Vermieter an und schickt ihm auch ein Bild und sobald der Vermieter rauskommt, ist das Viech vom Acker und das ist übrigens auch ein Muster, was ich noch wiederholen wird. Landlord kommt, Phänomen verschwindet. Sollte man vielleicht auch oder ja, ist auffällig. Er erwähnt also, dass nun diese Klopf oder diese Bangs relativ üblich wurden für die Nacht und er immer angespannt ist, nicht wirklich mehr gut schläft. Der Hund des Vermieters bellt sehr viel, seiner Meinung nach auch, weil er eben diese Wesen wahrnimmt und nachts kommen dann eben die Fußstapfen, wir haben es schon gehört, außerdem erwähnt er, dass es eigentlich immer, wenn sie kommen, er betont das, dass es sogar für ihn so eine Art Warnmechanismus sozusagen war, kommt ein bestimmter Geruch nach Fäkalien und nassem Hund. Das klingt nicht sehr angenehm. Und in einer der nächsten Nächte hört er dann etwas wie eine Eule, wie eine sehr, sehr große Eule. Das Eulenthema haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Die vermeintliche Verbindung von Eulen zu bestimmten Phänomenen, die von manchen angenommen wird. Tatsächlich Eulengeräusche auch im Zusammenhang mit Bigfoot. Kein dauernd wiederkehrendes Motiv, aber immer auch mal, immer mal wieder wiederkehrendes Motiv schon nicht ganz uninteressant. Aber das ist ja jetzt hier so gemeint, dass das eine Imitation ist, also dass es Variationen sind von den Geräuschen, also in dem Fall Sasquatch hier johlt und aber auch später werden ja andere Sachen auch imitiert und Pfeifgeräusche und so weiter. Das ist also nicht nütz. Oder ist es sozusagen immer noch open for discussion, ob es da eine Verwechslung gibt und er dann sagt, es könnten jetzt auch irgendwelche Eulen da rumfliegen. Also ich glaube die Frage adressiert er da an der Stelle nicht. Man hat den Eindruck, dass jetzt rückblickend für ihn klar ist, dass das die Viecher waren. Ob es zu der Zeit ihm so klar war, weiß ich jetzt nicht, weil er eigentlich ja immer erwähnt, dass er relativ lange jetzt noch nicht Richtung Sasquatch unbedingt gedacht hat. Aber Wes erwähnt natürlich das Stichwort Imitation und erwähnt auch von Ron Moorhead, dem Aufzeichner der berühmten Sierra Sounds, dass der ihm erzählt hat, dass sie mitunter auch Geräusche gehört haben, die dann in seiner Interpretation sehr elaborierte Imitationen waren, zum Beispiel von zuschlagenden Autotüren und solche Sachen. Da muss ich aber auch sagen, auch das deutet für mich sehr viel mehr in poltergeistartige Gefilde, denn in diesem ganzen Kontext sind Fake-Geräusche von Sachen, die nicht wirklich passieren oder nicht da sind, eigentlich auch gar nicht ungewöhnlich. Gerade auch zuschlagende Autotüren interessanterweise und es fällt einem doch eher schwer, sich vorzustellen, dass ein Sasquatch jetzt, also wenn man ihn sich als biologisches Wesen vorstellt, natürlich, dann kann man sich vielleicht vorstellen, dass er lernt oder es aus seiner Sicht irgendwie Sinn macht, Eulen zu imitieren oder irgendwelche anderen Naturphänomene, aber warum zuschlagende Autotüren? Ich meine, wenn der eine Fähigkeit hat zum Imitieren, ist das vielleicht nicht ausgeschlossen, dann kann er vielleicht genauso gut eine Autotür imitieren wie eine Eule und auch in Utah hört man sicherlich immer Autotüren, aber ein bisschen selbst einem kommt einem das finde ich schon vor. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, diese Imitationsthematik kam von Wes da rein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und ich glaube, er selber hat das zu der Zeit einfach als, er hat ja klar erwähnt, dass das nicht klang wie eine natürliche Eule, es sounded big, es klang sehr, sehr gewaltig. Also ich glaube, er hat das ganz klar dem Phänomen dann da an der Stelle zugeordnet, was auch immer er dann zu dem Moment genau angenommen hat, was das Phänomen sein könnte. Ja, das ist generell zu den Geräuschen, muss ich da nochmal nachhaken, immer so ein Punkt, es spricht immer von der Größe, also dass das Volumen, da würde ich schon sagen, klar, das hört man raus bei so Johlen, Geräuschen, Schreien, aber wie hört man das später, erwähnt er dann auch beim Pfeifen, also wie hört man, wie unterscheidet sich ein Pfiff von jemandem, der größeres Volumen hat von jemandem kleiner, das leuchtet mir nicht so richtig ein. Also Pfeifen ist... Doch, finde ich schon, also ein Pfeifen besteht jetzt ja nicht nur aus den Obertönen, da schwingen auch irgendwie Untertöne mit, wenn mein Faddy Pfeif, der ist 1,95 und recht stämmig, klingt das schon anders, als wenn meine 5-jährige Cousine pfeift. Okay. Das hast du schon gefunden, 1,95. Ja. Nee, also jetzt einfach das erste Beispiel, was mir einfiel. Also das finde ich schon, da kann ich mir was drunter vorstellen. Für mich, also finde man kann schon bei einem Pfeifen auch hören, sicherlich nicht so ausgeprägt wie bei einem Brüllen oder so, wo dann die tieferen Frequenzen viel prominenter sind, das bestimmt nicht, aber das Pfeifen jetzt nur aus Höhen bestehen würde und man da gar keine, Größe des Resonanzkörpers, sage ich mal, irgendwie ein bisschen ableiten könnte, das finde ich nicht. Auf jeden Fall wird das hier sozusagen ein immer wiederkehrender Mechanismus, wie du sagst, zuerst das Klopfen von außen an den Wohnwagen, dann diese Geräusche, verschiedene Geräusche und es kommt auch immer näher ran an die Fenster, so sein Eindruck und er hat jetzt auch noch ein ganz anderes, ekliges Geräusch, zusammenschlagende Zähne, die ja, also Kiefergeräusche, richtig. Und einen Punkt muss man da an der Stelle noch erwähnen, du sagst, sie kommen näher ans Fenster, erwähnt allerdings auch, dass er anfängt, das Gefühl zu haben, dass sie wissen, wo im Trailer er ist. Jetzt wird es, ja, dann wird es richtig gruselig langsam. Also für mich verlassen wir hier, wir waren, für mich waren wir hier nie so wirklich auf der großen Tiefe, auf der Schiene, da ist ein biologisches Tier, was ein Unwesen treibt. Für mich ist das hier von Sekunde eins an eigentlich und mit zunehmender, mit zunehmender Deutlichkeit, wenn es ein echtes Geschehen ist, dann hat das für mich sehr, sehr viel mehr die Hallmarks, wie sagt man auf Deutsch, die die Eigenschaften von so einer paranormalen Belagerungssituation. Aber gut, er erwähnt, er hört nun auch Pfeifen aus verschiedenen Ort, Örtlichkeiten gleichzeitig, wieder Schläge an die Wände, also er zieht jetzt hier daraus die Realisation oder den Schluss, dass es sich um mehr als ein Tier handeln muss und er erwähnt auch noch mal dass sie in der Regel zwischen Mitternacht und bevor die Sonne aufgeht aktiv werden. Auch das natürlich keine ganz unbekannte Zeit. Ja, und dass seine Katze, das ist sein einziger Begleiter, davon auch natürlich beunruhigt ist und immer zurückschreckt und das hat man als zusätzlichen Warnmechanismus hat er sozusagen auch noch die Reaktion seiner Katze. Ja, richtig. Und es kommt dann noch ein weiteres Geräusch, eine weitere Geräuschkategorie hinzu, nämlich, dass er anfängt zu glauben, Gespräche zu hören, in, also, oder Geräusche zu hören, die wie eine Sprache klingen, sagen wir mal so, nichts, was er jetzt verstehen könnte, aber eben das Gefühl, da unterhält sich einer, ich kann es nicht verstehen und es ist eine Ecke entfernt. So, er erwähnt in dem Kontext, dass er nun dahingehend auch überlegt, ob es sich einfach um Leute handeln könnte, also Menschen, die irgendwie was aushacken, ist natürlich im Gesamtlicht der Ereignisse irgendwie, ja, sicherlich keine Unmöglichkeit erstmal, aber dann doch wiederum auch schwer vorstellbar, aber die Riege der lustigen Soundinterpretation hört nicht auf, es kommt wieder was Neues dazu, nämlich ein Geräusch, das er als metallisches Geräusch beschreibt und er sagt, es klingt wie ein altes, rostiges Tor, das geöffnet wird. Ja, metallische Geräusche, auch ein Kapitel für sich, oft kündigen die weitere seltsame Erlebnisse an, so ein bisschen vorbotenmäßig, metallische Geräusche, auch natürlich sehr, sehr häufig berichtet im Kontext von UFO-Sichtungen und auch vermeintlichen Entführungserlebnissen oder ja, nennen wir es jetzt einfach mal Entführungserlebnisse und ja, muss man doch erwähnen, ne? Ja, das beschreibt er hier immer als Indikator für das anstehend, sozusagen neue Sachen dann passieren, das ist für ihn immer natürlich schon total verängstigt, immer schon so ein Vorwarnsignal, aber wie du sagst, ja, man kennt es ja auch aus Filmen, das wird dann auch als Geräusch sozusagen immer benutzt, diese, ja, dieses Tor, dieses Gatter, was so ein bisschen quietscht und was immer schon so die Spannung im wahrsten Sinne des Wortes in der Luft dann erzeugt. Ja, in diesem Fall nur mit dem Nebenfact, dass es halt kein altes, rostiges Tor in der Umgebung gibt, also seiner Aussage nach. Man muss sich also fragen, wie kommen diese Geräusche zustande auch an der Stelle und auch das nächste Geräusch, was kommt in der folgenden Nacht, in der es sehr, sehr stark regnet, wie er mehrfach erwähnt, ist etwas seltsam, denn er hört nun etwas, das für ihn zunächst klingt wie ein Hammer, der auf einen Stein geschlagen wird, allerdings schnell, also er macht es so ein bisschen nach und ich glaube, das hatte ungefähr so diese Frequenz von tack, 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 tack und er erwähnt, dass das eine Dreiviertelstunde so Gang insgesamt, er also zunächst irgendwie tatsächlich das Bild eines Menschen mit Hammers im Kopf hatte, davon dann aber abrückt, weil er gesagt, das war einfach, kein Mensch kann 45 Minuten in diesem Tempo mit einem Hammer irgendwo draufschlagen und es klang für ihn dann später auch mehr, als sei es vielleicht Stein auf Stein. Und das ist, das erwähnt er noch an einem Ort, an dem er selbst sich gerne niederlässt, also das in der direkten Umgebung ja logischerweise, wo er dann sich auch hinsetzt, also es ist ein ja, beliebter Ort für ihn, sich mal kurz auszuruhen und da, wenn er da immer sitzt, dann fühlt er sich auch beobachtet, also er suggeriert hier quasi, dass das dann auch ja, ein Revier sozusagen ist, was dann aufgesucht wird, er setzt sich dorthin, wird beobachtet und dann, wenn er nicht da ist, kommen die Viecher dorthin und machen Geräusche, so habe ich das jetzt interpretiert. Ja. Wird zumindest so von ihm suggeriert und der, was er dann, dann springt er hier zu einer Unterhaltung, die er mithört, wenn ich das richtig verstanden habe, von vier Bauarbeitern, Bauarbeitern, die da ja in der Nähe arbeiten, aber das eben auch zur Einordnung gibt er dann eben dieses, das starke Regenwetter und er hat ja mit Blick auf diese Bauarbeiten, auf diesen Bereich, wo die Bauarbeiten, wo der Bagger steht und so weiter, kann er das eben trennen, dann sagt, dass es eben nicht zu dem Zeitpunkt war, als sie dort gearbeitet haben und diese vier Bauarbeiter sprechen jetzt darüber, wie sie sich bewaffnen, also endlich sind wir hier bei den, bei den Waffen angekommen und wie sie sich genau ausstatten. Also für dich war auch nicht ganz verständlich, wo jetzt diese Belauschaktion zeitlich lag, hatte das jetzt was mit dieser Regennacht zu tun oder nicht, war das vorher, war das danach, keine Ahnung. Mir, ich fand diese Geschichte sehr, sehr seltsam, für mich klangen die, also auch hier keine Unterstellung, ich will nicht sagen, der hat die erfunden, das will ich damit nicht sagen, ich sag nur, das klang für mich irgendwie seltsam konstruiert. Man hört irgendwelchen Bauarbeitern zu und zufällig erwähnt dann einer von denen, I don't care about killing, did the same in Iraq und dann fahren sie nächsten Tag mit irgendwelchen Gewehren da durch die, durch den Wald. Also, ja, keine Ahnung, klang für mich irgendwie sehr seltsam. Oder hast du das nicht zu wagen, dann bin ich da jetzt zu hart. Ja, genau, er hat das nicht genau zugeordnet, wozu jetzt oder wann genau das passiert und warum er nicht vorher mit diesen Leuten interagiert hat oder warum er sie nicht anspricht, warum er nicht mit ihnen darüber spricht, was da vonstatten geht, sondern er hat ja nur Interaktionen mit dem Vermieter. Ja, so ein bisschen ist das so dieser, kommt auf einmal wieder dieser militärische Bereich mit rein, dass man sich fragt, okay, hat er da irgendeine Connection dazu, weil er explizit jetzt dann eben erwähnt, dass sie da Veteranen sind oder wie auch immer. Aber das wird nachher nicht mehr Nee, nee, das erwähnt der Bauarbeiter selber im Gespräch. Okay, ja. Also, das ist nur, was er wiedergibt sozusagen. Ja, aber schon, was er betont, dass ihm das auffällt in der Unterhaltung. Ja, es ist halt irgendwie seltsam, sich vorzustellen, dass er jetzt zufällig genau in dem Moment in diesem Gespräch lauscht, in dem ein Satz fällt, den man dann in dieser Situation, der einfach so perfekt dazu passt, passen würde, fast schon filmmäßig, dass jetzt die halt auch irgendwas bemerken und jetzt anfangen, sich bewaffnen zu wollen, um gegen Bigfoot zu kämpfen oder sowas. Also, ja, keine Ahnung, irgendwie seltsam. Genau, wie du sagst, das würden sie nicht natürlicherweise in dem Moment zueinander sagen, weil sie es ja alle wissen. Also, ja, ja, stimmt, das kann man auch noch so sagen. Naja, auf jeden Fall schreibt er dann wieder seinem Vermieter über, aufgrund dieser Schläge auf, oder dieser Schläge, die sich anhören, wie Schläge auf den Stein, bekommt aber keine Antwort und am nächsten Tag geht er hin zu ihm und fragt ihn, ob hier schon mal irgendwie seltsame Sachen passiert sind und der Vermieter antwortet, nein, aber meinem Sohn sind hier seltsame Sachen passiert, allerdings ohne Bereitschaft darauf irgendwie näher einzugehen, also, keinerlei weitere Infos, was das bedeuten mag und jetzt kommt noch die Information hinein, dass der Vermieter nun auch begann, noch einen Kellerbereich irgendwie bei sich zu vermieten und neue Leute also da ankommen, die auch ein Kind haben und Jerry berichtet davon, dass er denen halt gerne eigentlich des Kindes, um des Kindes willen, denen eine Warnung gegeben hätte, gleichzeitig aber das halt nicht einfach so aus dem Nichts heraus tun kann, weil man da natürlich vollkommen verrückt drüber kommt. Ja, jetzt komm, auch wenn das eine ernsthafte Geschichte sozusagen ist und man da mit ihm mitleidet, wie er das erzählt und wie er auch, ja genau, in welcher Art und Weise er das erzählt, habe ich manchmal hier Schmunzler drin, weil man sich dann vorstellt, wie er diese Balance halten will zwischen er möchte irgendwie den anderen Bescheid sagen, dass hier solche Vorkommnisse sind, aber gleichzeitig möchte er nicht wieder wahnsinnig rüberkommen, der ja gleich den neuen Ankömmlingen da irgendwie ja sagt, dass er da die ganze Zeit Pfeif-Koräsche hört oder so, das fand ich in der Vorstellung auch ein bisschen unfreiwillig komisch, aber er wird so ein, er driftet so ein bisschen stärker ab in Richtung, es müssen Kreaturen sein, das ist so sein, sein erstes Zwischenfazit und er beginnt dann auch dazu zu recherchieren, das sagt er auch, also zu verschiedenen Möglichkeiten, um dann eben ein bisschen bessere Argumente vielleicht auch zu haben in weiteren, ja, Interaktionen mit Nachbarn, weil es neben, ja, weiterhin jede Nacht passiert und jede Nacht auch die Kamera auslöst und immer kleine Video- Snippets, sozusagen kleine Aufnahmen dann produziert, die er sich dann wieder auf dem Handy anguckt. Genau. Und da haben wir dann zum Teil wieder diese sehr detaillierten Wahrnehmungen, also er erwähnt, da ist etwas, das sich mit der einen Hand am Baum festhält und dann seinen Mund öffnet und irgendwas um seinen Mund geschmiert, was er dann sozusagen selber sagt, in meiner Interpretation, in dem Moment war das für mich Blut, sozusagen, es hatte einen riesigen Kopf, also wieder so Sachen, wo man denkt, irgendwie die Bilder, die ich da von dieser Kamera sehe, sehen für mich gar nicht so aus, als könnten sie auf so eine Entfernung solche Details zeigen, aber okay. Dann verschwindet dieses Viech irgendwie im Baum und nächsten Tag guckt er sich den an und sieht, dass der sehr, sehr stabil ist und diese, also das Wesen wohl sehr stark gewesen sein muss, dass es den irgendwie zum Bewegen hat bringen können und er erwähnt, dass er jetzt anfängt, darüber nachzudenken, dass er eigentlich hier weg muss und auch ein neues Jobangebot bekommt mit einer besseren Bezahlung, das in ein paar Wochen losgehen würde und er denkt, okay, so lange halte ich durch und dann habe ich halt den besseren Job und kann dann nochmal mit mehr Geld unterfüttert mich irgendwie nach einer neuen Bleibe umsehen, so habe ich es verstanden. Ja, es wird jetzt auf jeden Fall in der Erzählung schon dramatischer, also er hat wirklich den Eindruck, er wird bald sterben, er sagt das so ganz, I'm gonna die, it's gonna eat me, sagt er sogar, also weil er eben diese, immer hier auch bei der letzten Aufnahme ein Gesicht sieht und eben ein großes Maul, was sozusagen aufgerissen wird, ähm, also, ja, er, das wird ein bisschen, in der Erzählung selbst wird es ein bisschen hektischer und es wird insgesamt in der, in der Gesamt, ähm, ja, Gesamtblick auf die Geschichte wird es jetzt intensiver. Ja, man hat auch das Gefühl, dass er psychisch dann doch anfängt, da sehr drunter zu leiden, also zum Beispiel, äh, also erstens hört man das an seiner Stimme, ne, beim Wiedererzählen, aber dann auch, was er macht, also was er erzählt, was er macht, zum Beispiel erzählt er, dass er jetzt mit Shirts und Decken irgendwie seine Fenster und sowas komplett verbarrikadiert. Er erzählt später, dass er sich da irgendwelche Sperrkonstruktionen baut und übt, wie er möglichst schnell seinen, seine Smartwatch-Alarm irgendwie auslösen kann, also, da, äh, das Bild, was da bei einem im Kopf entsteht, ist schon dann, also jedenfalls bei mir, so ein bisschen, äh, das von jemandem, der da fast schon so leicht, psychotisch, sag ich mal, unterwegs ist, jetzt gar nicht im Sinne von, dass, dass er irgendwie verrückt ist oder so, aber einfach so vom Agitationslevel her, sagen wir mal so, ne? Ja, ähm, er sagt, dass er sich jetzt 24-7 beobachtet fühlt, zum Beispiel. Er erzählt, dass diese, ja, genau, die, ähm, dieses Gefühl einerseits ist das, äh, wie du schon sagst, von seinen Handlungen, also mit, mit Laken, äh, Hemden und so, hast du gesagt, genau, ähm, deckt er komplett alle, alle Fenster ab, er schläft mit seinem, mit seiner Waffe im Bett, direkt neben ihm, und er baut halt innerhalb des Trailers auch diese Barrikaden vor die Tür. Und dann eben seine, ähm, ja genau, auf der geistigen Ebene sozusagen diese Panikanfälle, dass er, wenn er jedes Mal, also jedes kleinste Geräusch wahrnimmt, da gleich natürlich auch eine Reaktion drauf hat. Ja. Dann erwähnt er, dass er auch tagsüber sich vermehrt Phänomene einstellen, zum Beispiel, dass, ähm, Kieselsteine geworfen werden, das brauche ich wahrscheinlich in dieser Runde nicht erwähnen, wie unfassbar klassisch das ist, ne? Mhm. Ähm, er erwähnt auch, da muss ich ein bisschen schmunzeln, dass er irgendwie anfängt, irgendwelche Maps, irgendwelche Karten zu zeichnen von der Umgebung, wo er vermutet, dass die ihre Lager haben und das seinem Vermieter und so gibt, also, äh, als, das spielte für mich auch noch so sehr stark in dieses Halbpsychotische mit rein, ähm, wenn man sich das andersrum vorstellt, stell dir mal vor, du bist jetzt einfach der Vermieter und nehmen wir mal an, selbst wenn da irgendwelche Dinge passieren, aus irgendeinem Grund hast du das tatsächlich bisher nicht so mitbekommen und hast du da so einen Mieter, der auf einmal anfängt, dir ständig irgendwelche Textnachrichten zu, Bilder zu schicken, irgendwelche verwaschenen Kameraaufnahmen und anfängt, dir irgendwelche Karten zu präsentieren, wo seiner Meinung nach irgendwelche Bigfoots in der Umgebung hausen, ähm, äh, ne? Das ist dann schon, und auch sagt, nicht mehr, ja, ja, er verlässt gar nicht mehr den, den Trailer irgendwie, also nur kurz, auch tagsüber nur kurz irgendwie, nachts sowieso nicht, ähm, also das, äh, ist natürlich, ja, wird so ein bisschen, ähm, wilder von außen, ja, betrachtet. Und dann ist mir da noch eine Sache aufgefallen, die ich schon ein bisschen, ja, auch, die mich irritiert hat, nämlich er erwähnt einerseits, dass er anfängt, da diese sehr, sehr vielen, sehr, sehr krassen Maßnahmen zu ergreifen, äh, wie gesagt, nicht mehr rausgehen, also so komplett wirklich im Belagerungsmodus zu sein, die ganze Sache also sehr, sehr ernst nimmt. Gleichzeitig erwähnt er aber, dass er, äh, seine Kameras nicht mehr benutzt, weil er die, weil er es nicht sehen will. Das passt für mich überhaupt nicht zusammen, weil das eine ist ja ein Bedürfnis, irgendwie vermehrt Sicherheit zu schaffen, und das andere ist ja genau das Gegenteil, weil, also außer vielleicht so ganz kindlich gedacht, ne, was ich nicht sehe, ist nicht da, aber in der realen Welt, in dem Moment, in dem ich mir ein Sperr bastle, hab ich doch eigentlich ein Denken, das mir sagt, ja, ich hätte lieber mehr Kameras, ne, weil je früher und besser und mehr ich die sehe, desto sicherer bin ich im Zweifelsfall, also, hm, fand ich auch ein bisschen interessant, das hab ich jetzt mal so als Teil dieser, dann doch wohl einsetzenden Verwirrung versucht zu verbuchen. Mhm. Genau, also er schildert das so, dass er das nicht mehr ertragen kann, darauf zu gucken, also gerade, wenn, wenn dann nachts die direkt ausgelöst werden und er, er kaum noch schläft und also sich direkt das Ergebnis anguckt, das kann er dann nicht mehr aushalten, weil er in dem Moment aus seiner Sicht dann eh nichts unternehmen kann. Ja. Ja, und dann eines Nachts, das ist vielleicht auch nochmal was Besonderes, hat er das, hört er etwas wieder draußen und fühlt es auch, also jetzt im Sinne von emotionale Reaktion und er hat den Eindruck, da sind zwei Wesen, die sich irgendwie streiten und dann hält er da sein Handy, sozusagen blind, macht blind ein Foto durchs eigentlich abgehangene Fenster mit seinem Handy und das Bild sehen wir auch und das beschreibt er als seltsamen Wolf, also, ich würde sagen, wir sprechen gleich noch über die Bilder allgemein. Er hat übrigens auch nur noch Erdnussbutter gegessen, das kann man vielleicht auch noch hinzufügen, also, ja, es ist schon wirklich Ausnahmezustand, was auch immer die Ursache gewesen sein mag, dass das, genau, das ist gleichzeitig krass und gleichzeitig auch witzig, wie er dann erzählt, ja, ich habe mich nur noch von Erdnussbutter ernährt, das war einfach und außerdem habe ich in leere Flaschen gepinkelt, weil ich konnte ja auch nicht mehr rausgehen zum Pinkeln. Schläge auf die Trailerwand immer häufiger, jetzt auch während des Tages, er erwähnt, dass er immer mehr aufgedrehte Nachrichten an seinen Vermieter verschickt und er erwähnt jetzt auch, das ist auch noch interessant, dass der Landlord, sein Verhalten ist halt irgendwie so zwiespältig, ne, einerseits wird nichts kommentiert und nichts ernst genommen sozusagen, andererseits dann aber, wie wir es vorhin bei den Löchern im Trailer auch schon hatten, irgendwo gibt es dann doch eine Reaktion, die andeutet, dass er vielleicht irgendwas darüber weiß oder sich zumindest über einen, oder da einen gewissen Ernst der Lage erkennt, nämlich er erwähnt, dass der Landlord, wie gesagt, das zwar nie acknowledged, aber er kommt immer, wenn er ihn ruft und immer, wenn er kommt, hören die Sachen auch auf. Er erwähnt außerdem jetzt seine gefühlten Eindrücke von diesen Wesen, er sagt, das ist böse, wie ein Dämon und das ist auch, was ich glaube, was es ist. Also, jetzt kommen hier nochmal ein bisschen andere Motive ins Spiel sozusagen. Er erwähnt, dass er diesen neuen Nachbarn mit dem Kind jetzt dann doch irgendwie sagt, dass das Kind nicht draußen spielen sollte und erwähnt dann, das hat auch natürlich so eine gewisse unfreiwillige Komik, dass sie ein paar Tage später dann quasi über Nacht verschwunden sind, also abgehauen sind und er selber sehr selbstkritisch sagt, okay, ich weiß jetzt halt nicht, ob das war, weil sie meine Warnung ernst genommen haben oder weil sie dachten, ich bin halt total der Creep. Ja, wobei es sogar so ist, dass sie nicht über Nacht wegziehen, sondern sie ziehen, das korrigiert er nochmal. Über Tag, genau, nur er ist halt nachts wach. Genau. Sie brechen auf, ziehen, also Hals über Kopf sozusagen, verlassen den Ort. Er kriegt das nicht richtig mit, weil er ja aufgrund des Schlafmangels immer wieder einnickt, so um ganz präzise zu sein, ist da die Schilderung. Also er nickt sozusagen immer, ja, pennt den Tag über, nickt dann ein und dann sind sie auf einmal weg. Ja. Ja, und jetzt kommen wir, glaube ich, so ungefähr zum Finale. Eines Nachts dann schon Richtung Morgen, allerdings hört er wieder laute Fußschritte direkt an seinem Fenster. Er hört einen haffenden Puffen. Ich mag diese Wortkombination, es hat so einen schönen Klang, also ein Schnaufen und Prusten könnte man vielleicht auf Deutsch übersetzen. Weiß ich nicht, ob das so ganz korrekt ist, aber ich glaube, es geht in die Richtung. Und er sagt, er hört sozusagen Lungenatmung, also er hört Atmung, allerdings wie von riesigen Lungen, die sozusagen unglaubliche Mengen Luft einsaugen und irgendeine Art von Grunzen. Und das ist dann so, der Moment, sagt er, wo endgültig die Sicherung durchbrennt und irgendwie klar ist, okay, I'm done, I'm out, also es reicht, ich muss weg. Und er hat außerdem das Gefühl, dass dieses Wesen ihm irgendwie mitteilt, ich sage jetzt mal mental vielleicht, emotional, mental, dass es sauer ist und dass er auf jeden Fall abhauen soll, dass es ihn sozusagen aktiv vertreiben möchte. Ja, und da habe ich mir aber auch ganz dick hier PTSD markiert, weil es ja schon so ein Merkmal hat und das erwähnt er dann später auch selbst. Da erwähnt er, ja, dass er da schon in dem, ja, posttraumatischen Bereich war, von diesen ganzen, ja, Ergebnissen, die da passiert sind und er lädt jetzt selbst quasi seinen Kofferraum schnell voll mit Sachen. Auch wieder ein bisschen unfreiwillig komisch, dass ihm das wichtig ist zu betonen nachher noch, dass er Sachen wie Playstation, Xbox, ganz wichtige Sachen zurückgelassen hat. Ganz schöne, tolle Technik, aber er musste Hals über Kopf eben den Ort verlassen und in dem Moment, wo er diesen Kofferraum belädt, kommen nochmal Geräusche oder er hat das Gefühl, das kann ich jetzt nicht mehr genau nachvollziehen, ob er wirklich was sieht. Ich glaube, er hat immer nur das Gefühl, dass sich irgendwie, oder hört noch irgendwas. Nee, also er hört das auf jeden Fall. Also sehen weiß ich jetzt auch nicht, aber hören auf jeden Fall an der Stelle noch. Und dann kommt der Vermieter rausgestürmt und schmeißt sein Motorrad an und lässt das paar Mal aufheulen. Ja, und winkt ihn. Ja. Ja. Waves awkwardly, also macht erst das, also tritt da quasi rein, dann hören auch die Geräusche auf in der Umgebung und dann winkt er eben noch freudig zu, so leicht, leicht seltsam irgendwie. Das ist sozusagen das letzte Bild, das sehr filmisch erzählt. Und dann springt er nochmal einmal zurück. Ein Erlebnis, wovon er noch berichtet, ist, dass es mal was fast auf eine verquere Art Positives gab, also positiv im Sinne von der Wirkung, etwas fröhlich klingendes, nämlich ein Uh-Sound, als die Katze mal wieder auch etwas neugierig und dann mal nicht schreckhaft sich dem Fenster genähert hat, hat er von außen sozusagen so bewundernde oder eben diese Geräusche, glücklich klingende Geräusche gehört, von denen er dann mal nicht ... Als würde man sich auf einen Nachtisch freuen, so hat er es beschrieben. Oh Gott. Ja, aber ... Also so ein Uh, so ein Uh, lecker. Oh Gott, krass, ja. Ja, genau, ja, das ist ... Er bleibt mit dem Bild, also diese ganze Situation ist schrecklich für ihn, aber auch der Vermieter ist durch und durch seltsam in seinem Verhalten für ihn und dann greift letztendlich hier der Interviewende ein und sagt, was denkst du, was sind die Gründe, warum ist das hier alles passiert? Das ist natürlich auch, wenn man eine Frage, die sich selbst zumindest da noch nicht gestellt hat oder selbst beantwortet hat und die wird jetzt hier ihm gezielt gefragt und da findet er auch keine befriedigende Antwort aus meiner Sicht, was denn die Motivlage wäre. Was auf jeden Fall noch vielleicht kurz festzuhalten wäre, du hast ja erwähnt, er macht sich dann letzten Endes vom Acker, erst mal in ein Hotel und er hat auch gesagt, er ist nie wieder dorthin, er hat auch seinen ganzen teuren Kram dort gelassen. Er erwähnt aber, seit er dort weg war, hat sich das Problem erledigt. Das ist natürlich auch nicht ganz uninteressant, weil das so dann für die Gesamtinterpretation des Ganzen schon auch, denke ich, eine Rolle spielen kann. Aber wollen wir vielleicht das jetzt einfach angehen, dass wir uns jetzt mal eben kurz wie gewohnt fast schon vielleicht der Frage widmen, wie ordnen wir das jetzt jeweils für uns ein in die Grobkategorien? Also, hier sind ja tendenziell wieder, wie immer, diverse Möglichkeiten auf dem Tisch. Also, die normalweltliche Erklärung wäre natürlich, wir haben es hier mit jemandem zu tun, der gerade aus einer langwierigen Beziehung kommt, wie er selber ja sagt. Das hat ihm womöglich das Ende dieser Beziehung doch massive Verwerfungen in ihm ausgelöst, die vielleicht selber nicht so ihm bewusst waren. Nun kommt er dann in eine neue Umgebung, die auch noch besonders ist insofern, als dass sie besonders abgelegen ist. Und vielleicht ist dann tatsächlich mal ein Elch vorbeigelaufen und das hat irgendwie so eine Kette von sich immer weiter selbst verstärkenden Fehlwahrnehmungen und Einbildungen und einfach innerer Aufgeregtheit und daraus wiederum resultierenden Fehlwahrnehmungen ausgelöst. So eine Art kleine Psychose. So was gibt es ja durchaus. Und das ist halt das, was ihm dort passiert ist. Das wäre wahrscheinlich so die Lazy Luke'sche Ansicht erst mal. Denn ich denke mal, eigentlich sind wir uns, na gut, man kann es nie hundert Prozent ausschließen. Es könnte natürlich auch einfach ein Fake sein. Er hat sich die Story ausgedacht und erzählt sie jetzt sehr überzeugend. Kann natürlich auch sein. Würde ich jetzt hier an der Stelle ein bisschen beiseite schieben. Für mich ist das schon in meiner Wahrnehmung recht deutlich, dass der da irgendwas erlebt hat, was ihn sehr, sehr mitgenommen hat. Würde ich jetzt sagen. Kannst du natürlich gerne, wenn du das widersprichst. Ja, die Alternative oder eine Alternative wäre dann vielleicht das klassische Bigfoot-Szenario. Die laufen halt rum und ärgern ihn ein bisschen aus unbekannten Gründen. Und dabei machen sie diverse seltsame Geräusche, auch sehr, sehr viele verschiedene Geräusche. Dann haben sie scheinbar auch noch irgendwie einen Mutantenwolf oder einen Dogman dabei. Jedenfalls seiner Interpretation des einen Fotos nachfolgend. Und verhalten sich sehr, sehr ungewöhnlich für biologische Tiere. Sogar verdammt, verdammt ungewöhnlich. Haben außerdem Fähigkeiten, die biologische Tiere eigentlich nicht haben. Sowas wie Gedanken, Kommunikation und so weiter. Und dann natürlich die Variante, für die ich meinen Hut hier in den Ring werfen würde. Also wenn es nicht die ganz rondäne Version sein soll. Dass wir es hier weniger mit einem Zusammentreffen mit irgendwelchen biologischen Tieren zu tun haben, als mit einem Zusammentreffen mit irgendeiner Form von nichtmenschlicher, wahrscheinlich auch nicht klassisch physischer Entität oder Intelligenz zu tun haben, die vermutlich in Sagenwelt und Co. Eingang gefunden hat. Grob unter verschiedenen Bildern, aber vielleicht am einfachsten unter dem Stichwort poltergeistartig zusammenzufassen. Oder wie Timothy Renner es ja so schön vorgeschlagen hat für Bigfoot-artige Geschehnisse, Wildnisgeist. Also eigentlich im Grunde poltergeistartige Erlebnisse, die sich aber eben in einer anderen Umgebung abspielen, nämlich in einer Wildnisumgebung. Ich würde sagen, sind das so die für uns drei jetzt interessanten oder relevanten Wege, das zu sehen, oder? Hast du noch was hinzuzufügen? Nee, wenn wir, wie du sagst, als Prämisse voraussetzen, dass das jetzt eine wahre Geschichte ist. Wir wollten ja die Bilder noch besprechen. Da können wir vielleicht auch noch drüber reden. Also meine Wahrnehmung war jetzt, dass ich ihm das sozusagen abkaufe, dass er da real so erzählt, wie er was erlebt hat. Aber vielleicht hast du ja auch Argumente dafür, dass es eine absichtlich ausgedachte und gefakte Geschichte ist. Nö, das nicht. Aber ich meinte es so auf die Bilder hindeutend, dass er da manchmal Sachen sieht, die er sehen will. Oder dass er so die psychische Komponente sehr krass, also er steigert sich da krass rein. Es kann eine Basis für diese Sachen geben und es kann auch komische Geräusche geben. Wenn wir ihm jetzt trauen, das kann man ja anhand der Reaktionen der anderen Unbeteiligten sehen, wobei die ja immer auch, wie du sagst, auf ihn reagieren können, also wie er sich verhält. Aber ja, dass er sich da so ein bisschen reinsteigert und dass die ganze Situation, dass er da isoliert wohnt und was er vorher erlebt hat, da so mit rein spielt, glaube ich, nimmt hier einen großen Raum ein. Und das, ja, bei den Bildern ganz konkret, es schwankt auch, wie man sich das anguckt, je nachdem, aus welchem Winkel sozusagen oder mit welcher Erwartungshaltung, wenn man schon vorher hier und da ein Gesicht sehen will, dann sieht man das vielleicht. Und dann sagt er ja selber, okay, es ist auch manchmal sehr grainy, also die Aufnahme sehr verpixelt, sodass es manchmal einfach nur, ja, dunkle Bereiche innerhalb eines Berghangs sein können. Ja. Und bei der Fratze ist es, kann es ein Tier sein? Also ich meine, ja, sieht sehr seltsam aus. Es könnte aber auch wirklich einfach eine Art Opossum oder sowas sein, so vom Gesichtszug und so. Könnte es auch ein anderes Wildtier sein. Also hier muss ich jetzt, glaube ich, aus und Weise mal sogar härter sein als Lazy Luke. Für mich sind diese beigelegten Materialien, die natürlich sehr, sehr cool sind, dass die da sind, also gar kein Hate an der Stelle. Aber für mich, in meiner persönlichen Auffassung, machen die eins ganz deutlich, da waren definitiv keine biologischen Tiere am Werk. Weil wenn du da eine Kamera hast und das passiert angeblich jede Nacht und das sind riesige Viecher, die irgendwelche Sachen machen in direkter Umgebung und an deinem Trailer. Und das hier sind die Bilder, die dabei rauskommen, vollkommen unvorstellbar. Denn sämtliche Bilder zeigen für mich persönlich gar nichts. Mit einer Ausnahme vielleicht, nämlich dieser eine Fußabdruck im Schnee. Ansonsten sind das für mich wirklich, ich habe da Stunden, naja, das ist jetzt übertrieben, minutenlang drauf gestarrt. Das ist einfach nur Pixelbrei, wo der dadurch entsteht, dass die Auflösung nicht hoch ist und dass da halt Schattierungen im Hintergrund logischerweise sind und Lichter. Also auf keinem einzigen dieser Bilder erkenne ich persönlich auch nur ansatzweise ein Gesicht, ein Wolf, eine Hand, eine Figur oder irgendwas. Tut mir leid, dass ich das so hart sagen muss, aber gar nichts. Oder? Bin ich da jetzt zu krass? Also selbst wenn ich mein Gehirn drauf einstelle, ich weiß ja, was ich da sehen soll, da das Thema mir ja bekannt ist und die Bilder ja auch so ein bisschen untertitelt sind zum Teil, keine Chance, gar keine Chance, da auch nur ansatzweise sowas wie ein Gesicht, ein Arm oder irgendein Teil von irgendwas zu sehen. Ich weiß nicht, gar nichts. Auf dem verschwommenen oberhalb des Bildes, wo die Tothähne auch zu sehen sind, die ja übrigens sehr gut zu erkennen sind. Das war tagsüber, muss man dazu sagen. Ja. Und auch nicht von der Überwachungskamera. Das ist halt creepy, das sieht komisch aus, das sieht auch aus dem Gesicht aus. Moment, also halt, warte mal, halt, jetzt muss ich, bist du zu schnell gerade. Das ist auch betitelt mit It's Blurry, coming up to the trailer. Okay, also das mit der grünen Einzeichnung. Ja. Aber, aber, also bitte, da muss man jetzt helfen. Warum ist das creepy? Das kann, das ist, das ist einfach nur ein heller Bereich und dunkle Bereiche. Das könnte gar nicht alles sein. Das kann eine Spiegelung sein, dass, das, das, also, nee. Na, wie gesagt, ich habe selber die Parallelie erwähnt, dass man da irgendwo Gesichter und, und Formen sieht. Also du siehst da ein Gesicht, ja? Ja, definitiv. Dann ist meine Parallelie leider kaputt. Also du, da meinst du wahrscheinlich. Ich sehe eine Nasenspitze, ich sehe Zähne und ich sehe zwei Augen, ein Augenpaar. Ähm, aber. Und das ist dann dieser helle Fleck in der Mitte, oder was? Ja. Oder, oder das ganze Grün umrandete ist das Gesicht? Nein, 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 nur der helle Fleck in der Mitte. Okay. Also, okay, darauf kann ich mich. Ich, ich sehe es nicht wirklich, aber okay, das kann ich einigermaßen nachvollziehen, dass man da was sehen könnte, aber ich sehe da gar nichts. Und das, was er hier als Black Sasquatch betitelt, das ist definitiv einfach eine Schattierung. Also eine. Das ist das bei den True-Themen? Nee, das ganz oben. Also sozusagen unterhalb der Trailer-Beschädigung. Da sieht man natürlich so eine, so eine Abzeichnung, aber das ist für mich halt einfach ein, ein Bereich der Bäume. Ja, wie gesagt, das ist dann. Ja, nee, das sehe ich auch gar nichts, tatsächlich. Ja. Ähm, okay. Aber was mich interessieren würde, würdest du denn meine Einschätzung, dass wenn da physische Wesen wären, dass das hier dann auf gar keinen Fall aus drei Monaten bei täglich 24-7-Überwachung ... Zu wenig. Ja, oder? Ja. Und was ... Ja, definitiv. Wo ich jetzt doch nochmal vielleicht drauf deine Parallel-Dolie mir zu Nutze machen wollen würde, weil ich da auch wirklich gar nichts sehe und es da auch besonders stark versucht habe, das Wolfsbild. Siehst du da, also kannst du mir da sagen, wo ich da Wolf finde? Nee, ehrlich gesagt sehe ich da ... Nix. Gut, dann bin ich beruhigt. Wenn ich versuche, was zu sehen, dann sehe ich eher eine Taube vom Gesicht und Kopf oben und der Schnabel ist sozusagen das helle Weiße nach vorne. Ja, stimmt, das könnte man ... Wäre zu lang und zu gerade für einen Taubenschnabel, aber ja, das eher ... Nee, das ist ja ... Nee, das ist Quatsch, das letzte Wild ist Quatsch. Tja. Also, wir sind uns scheinbar einig. Viecher waren auf keinen Fall unterwegs, physischer Art. Oder das kann man natürlich dann auch immer noch einschieben. Naja, nee, das geht dann eigentlich schon in meine Interpretation über. Was, worauf ich noch hinaus wollte, das Problem mit diesem leicht psychotischen Eindruck ist natürlich, nehmen wir jetzt mal an, es hat da genuin diese paranormalen Erlebnisse gegeben. Ich meine, die Löcher im Trailer sind definitiv da, ne? Das, so viel kann man sagen. Das sind die Bilder, wo man sagen muss, jo, ganz klare Sache. Nehmen wir mal an, da ist wirklich so was Paranormales passiert, dann ist natürlich auch klar, dass der Mensch darauf reagiert, ne? Und dann auch sicherlich in solche emotionalen Ausnahmezustände hineingerät. Also, mit anderen Worten, dieses Symptom, was wir hier jetzt beobachten, der kommt recht psychotisch rüber, so ein bisschen. Oder ich will dieses Wort nicht nehmen, weil das so, so, das pathologisiert so. Das meine ich gar nicht. Einfach so dieses, ich will einfach nur sagen, man merkt, da ist echt emotionale Aufregung im Spiel, ne? So, das will ich nur sagen. Und das wäre halt sowohl der Fall, wenn er sich da einfach vielleicht durch dumme Zufälle, durch seine besondere Lebenssituation und so weiter, wie eben geschildert, in sowas hineingesteigert hat, dann wäre das ja gegeben. Aber das wäre natürlich auch gegeben, wenn er das wirklich erlebt hat, logischerweise. Dann wäre es wahrscheinlich vielleicht sogar noch mehr gegeben oder auf jeden Fall mindestens genauso gegeben. Das heißt, daran kann man da keinen Unterschied markieren. Deswegen, ich muss ehrlich gesagt sagen, für mich persönlich ist es hier eine Mischung. Ich glaube, er hat da tatsächlich Paranormales erlebt. Dafür passt da für mich auch zu viel intern zusammen, auch Details. Ich glaube aber, es hat gleichzeitig dann bei ihm so diese, eine gewisse psychische Labilität reingekickt. Und das Ganze wurde dadurch noch größer von ihm selber unbewusst aufgeblasen. Und dann hat er eben auch paranormale Wölfe vielleicht in Kameraaufnahmen gesehen, wo dann tatsächlich gar nichts war. Das wäre mein persönlicher Eindruck von dieser Geschichte. Tja. Für dich rein psychisch, vermute ich. Ja, für deine Variante fehlen mir natürlich dann die Beweise, die wir, wie ja immer, da drehen wir uns ja im Kreis, dann schwer zu erbringen sind. Also das basiert dann in meinem Fall natürlich nur so auf dem Anekdotischen. Ist ja alles anekdotisch und aus dem heraus, was er da schildert, was ihm passiert, auch ich würde sogar fast schon sagen, ich spreche da auch nur so halb gerne drüber, über die Dinge, die mir da so auffallen, weil ich sie auch nicht away given will. Oh Gott, sorry, immer für dieses Denglisch. Das kommt, wie gesagt, vom Podcast hören. Also ich will jetzt auch nicht alle Details, an denen ich für mich manchmal festmache, das ist was Genuines und das vielleicht nicht, will ich halt auch nicht unbedingt immer sagen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Herangehensweise ist, aber ich habe es bisher immer so gehandhabt, weil das dann natürlich auch leicht reproduziert werden könnte, wenn man das dann weiß, worauf ich achte. Insofern, ja, irgendwie ist das ungeil, weil es so nicht 100 Prozent transparent ist, aber ich habe auch keine bessere Strategie. Deswegen sage ich jetzt einfach mal nur, mir sind da einige Details aufgefallen, die mich persönlich eher glauben lassen, dass er da tatsächlich auch, auch, mindestens auch Paranormales erlebt hat und sich das dann womöglich vermischt hat mit seinen eigenen Reaktionen da drauf und er dann das womöglich unbewusst noch größer gezogen hat, als es gewesen ist. Ja, ich finde dann höchstens noch, da lasse ich mich so ein bisschen aus meinem bodenständigen, skeptischen Bereich rausziehen, diese Komponente immer ganz interessant, dass solche, ja, soll ich das ausdrücken, dass das, was er da erlebt und wie er sich verhält, dass das seine Umgebung beeinflusst. Also dass er, ja, wenn er, also so viel Energie, wie er da reinsetzt, dass das wiederum, ja, dann auch die Nachbarn und eben den Vermieter und so weiter auch schon so mit reinzieht in diesen Strudel, dass die irgendwann selbst, das müsste man jetzt, indem man die konkret befragt und so, noch abklären, aber das wirkt dann so, als wenn die sich sozusagen auch anstecken lassen davon. Ich finde diesen Effekt noch ganz, ganz interessant und da, ob man dann sozusagen durch so eine Art und Weise etwas manifestieren kann, würde ich damit sagen. Also, dass sich die PTSD, dass sich das ausweitet auf diese Phänomene. Also, dass er, er ist sozusagen eine notwendige Komponente und sobald er wegzieht, ist das nicht mehr, taucht das nicht mehr auf. Das wäre für mich noch ein spannender, paranormaler Effekt sozusagen. Ja, das wäre ja so ein bisschen dann auch eine der, eine der bekannten Poltergeist-Interpretationen im deutschen Sprachraum, natürlich immer besonders mit dem Namen Walter von Luca Du verknüpft, eben die Vorstellung, dass diese Phänomene dann unbewusst von den Leuten selbst hervorgerufen werden. Dann wäre er hier halt die Fokusperson, der mit seiner emotionalen Last und Ausrichtung in diesem Setting unbewusst und ohne es zu wollen diese Phänomene hervorgebracht hat. Und sobald er das Setting verlässt, hören sie dann auf. Allerdings bei Poltergeist-Fokuspersonen, jedenfalls meinem Eindruck und Wissen nach, kommen die Phänomene normalerweise mit, wenn sie, also da ist es dann weniger relevant, wo die Leute sich aufhalten, als dass eine gewisse emotionale Prädisposition da ist. Und wenn die dann den Ort wechseln, kommen die Phänomene meistens mit. Allerdings könnte man hier natürlich auch argumentieren, na ja, vielleicht war es wirklich seine emotionale Lage, die dann sowas ausgelöst hat, tatsächlich Paranormales ausgelöst hat. Und das hörte dann auf, weil er diese spezielle emotionale Lage eben nur in dieser Umgebung hatte, weil, ja, das Feeling ist sicherlich schon ein sehr anderes, ob du da allein in einem Trailer hockst nachts oder wir wissen ja nicht, wo er danach hingezogen ist oder ob du dann in einem Mietshaus mit 500 anderen Parteien wohnst oder so. Ja. Naja. War es denn für dich insgesamt ein spannender Fall oder hast du es verflucht, dass ich es vorgeschlagen habe? Nee, absolut. Es war also die Art und Weise, wie sich dann auch der Bericht hineingesteigert hat und wie immer mehr Sachen dazu kamen, fand ich schon auf jeden Fall interessant. Und ja, das war für mich nochmal ein extremer Fall, der, wie du schon sagst, dann relativ schnell wegging von dem rein physischen. Aber, ja, und wieder eine andere Gegend. Das finde ich dann ja auch immer spannend. Das ist ja immer der gute Nebeneffekt, wenn man dann nochmal eine andere Gegend, in dem Fall in den USA, wieder deutlich kennenlernt. Ja. Also wieder eine kleine paranormale Reisetour hier. Absolut. Ja, sehr schön. Dann hoffen wir natürlich, es war auch für die Zuhörerschaft ein wenig interessant. Logischerweise alles wie immer verlinkt. Guckt euch die Bilder an, hört euch, wenn ihr denn Lust habt und entsprechend englisch-affin seid, hört euch das ruhig mal an. Und ansonsten, ne, bleibt uns gewogen, macht es gut, bleibt gesund und reingehauen. Adios. 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 Vielen Dank.